herzlich willkommen du herr der ringe verändert draußen ja schön dass ich hier noch mal sagen kann dass wir uns sehen ja wie ihr seht ich habe spielen und zur mal erstellt weil ich habe mir einen neuen pc zusammengestellt und den gebaut und zwar habe ich mir dort eine wasserkühlung reingebaut ich habe mit den nagelneuesten prozessoren amd reisen 9 was heißt der nagel neueste schon ein bisschen älter auf halbes jahr 7900 mit 4,7 gigahertz 12 kerne 24 threads habe mir wie gesagt eine wasserkühlung von be quieten nagelneues gehäuse neues mainboard mit ddr5 habe dort 64 gigabyte mir direkt mal gegönnt und 4 terabyte ssd graf grafik hat sag ich ja ssd festplatte mir installiert und habe das alles so zusammengefügt außerdem besitze ich ja noch meine 30 60 12 gigabyte ti von nvidia die rtx und ja ich freue mich einfach dass es geklappt hat das alles jetzt es war eine katastrophe weil ich dachte echt so ist es wir haben wie eigentlich bei steam ich kann meine spiele auf der cloud speichern aber hey nicht bei epics games nein da müssen wir es da müssen wir erst das tutorial spielen müssen dann am alten pc die ganzen spielstände suchen wo ich echt stunden gesucht habe für weil die findest du nicht einfach so und dann haben wir es gefunden und konnten diesen ja speicherstand einfach übernehmen und ich freue mich einfach mega dass es geklappt hat ich freue mich einfach mega dass ich jetzt doch noch weiter spielen kann weil ich echt so verzweifelt von kurzem überlegen ob ich sagt es tut mir so leid aber ich werde ich muss leider mori abbrechen obwohl ich kurz vom ende aber ich wollte ich hatte oder ich habe 46 stunden spielzeit in diesem spiel schon verbracht und es war halt für mich so so es war einfach irgendwie gefühlt ja es war einfach irgendwie ja es hat das hat es war irgendwie traurig für mich so wir haben 18 honig das heißt wir können ja mal neues ich weiß auch nicht mehr was was ich vorhatte wie mein plan ausgesehen hatte ich weiß nur noch ich wollte irgendwie irgendwo wollte ich die mit riet ich wollte mit riet suchen und da habe ich mir auch so ein klein eine kleine hilfe geholt oder was heißt eine kleine hilfe geholt ich habe ich habe mich informiert ich habe mich ein bisschen gelesen wo wir am besten mit riet finden wir nur in so einer schlucht wo wir damals diesen sonnenstein gedöns gefunden haben das heißt wir müssen so eine schlucht jetzt dort unten finden habe ich mich mal ein bisschen informiert darüber weiß mich halt echt hart interessiert hatte wo wir dieses kacken mit riet herkriegen um unsere superwaffe herzustellen geht wie gesagt nur geht wie gesagt nur in diesem bereich wir schlafen auch glaube ich noch mal kurz wir schlafen und haben geschlafen und sind geschlafen und habe das so geschafft und machen da jetzt so weiter und das ist okay zwergen ja da brauchen wir nicht hier das war glaube ich hier unten ich bin mir nicht sicher das ist so ich denke auch das spiel wird überhaupt nicht mehr ruckeln also gar nichts mehr weil mein pc schafft es jetzt eigentlich dicke hier durchzuladen ja hier müssen wir jetzt hier sind wir jetzt weiter auf der suche nach irgendwelchen kram proben nehmen das hafer direkt mal mit ja wir sind jetzt auf der suche hier nach einem ausgang nach einem weg wo ich muss auch erst mal der rad reinkommen wenn das war hier so ne ich habe gar keine überhaupt keine orientierung grad mehr es war halt jetzt durch den pc der hat sich auch ein bisschen verspätet gehabt da hieß es erst an der kopf wir haben war ja fucking ernst alle wir haben es es war jetzt echt nicht geplant aber wir haben es da ist es gleich direkt wollt ihr mich verarschen da ist es direkt vor unserer schnauze und ich renne hier ich habe es wirklich für die die jetzt sagen du hast doch und hey was hast du da gemacht und lügner drum nein wirklich ich wirklich dann ich wirklich nicht damit gerechnet dass wir es hier jetzt direkt dass sie jetzt alles direkt ist das freut mich wirklich einfach hart dass das dass wir es gerade so schnell gefunden haben deswegen sage ich ja ich habe ich habe mich extra informiert wo der spaß hier ist wo das sein könnte so eine kack schlucht ist und wir haben eine gefunden es ist hier schon direkt ist doch direkt schon mit riet oder ich bin wirklich ich habe keine ahnung wie wir das jetzt gemacht haben wie wir es gefunden haben es ist halt in dem spiel auch verdammt viel glück das sage ich euch ist halt echt so in diesem spiel aber wir können weitermachen eine folge lang nur gesucht ich meine das geht ja selbst es geht schon hart auf die psyche so finde ich immer ja es klingt immer lustig der spaß die zocker und so ja aber es ist es ist halt wirklich so es geht halt mega auf die psyche wenn du wirklich eine folge lang nur wirklich nur suchst ohne erfolg und dann noch weiter und weiter und du kommst einfach nicht voran und du findest einfach nicht das was du suchst es ist so nervig deswegen wir haben hier ein bisschen verzweiflung oder ist einfach nur hunger was wir hier haben ich baue direkt mal mehr ab weil das liegt mir auch so ein bisschen am herzen dass wir jetzt mal ein bisschen was abgrasen wir müssen nämlich auch die symmetrie backen herstellen aber wir haben es nicht weit irgendwie war es mir so von anfang an irgendwie so ein bisschen klar dass wir hier dass das diese schächte noch so eine kleine ja noch so eine kleine rolle spielen keine große eher eine kleine das war es auch ne wir haben den schacht komplett einmal leer gemacht ne so soll mir recht sein perfekt ach wir haben mit rit sogar mehr als genug da hinten hätten wir noch her das will ich auch noch mitnehmen wenn wir schon da sind wenn wir schon da sind nämlich direkt mit das beste erz teuerste erz ich wills mitnehmen wir haben wir haben uns wir haben oder wir haben wir haben hmm nein 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 ja dann hier hoch irgendwie weil wir müssen ja eh nicht mehr hier runter jawohl wir müssen nicht mehr runter legt mich nein aber man legt mich doch am arsch habe ich echt gedacht wir schaffen da die treppe hoch egal ich weiß wo es lang geht wir haben mehr als genug mit ried mehr als genug es ist halt so krass wenn wenn man einfach bedenken dass es halt direkt hier um die ecke war wir sind da rum gerannt und wir haben rumgemacht da rumgemacht und haste nicht gesehen ey hey das gibt es doch nicht gut dann haben wir wenigstens hier zack zack haben genügend mit ried bapapapapam sehr schön kindersnee kindersnee wenn du wirklich überlegt ne letzte folge so lange rumgesucht und rumgemacht uns einfach nicht gefunden und dann aber gut es hat mir aber viel geholfen ich habe mir fast gedacht schon dass wir in so einem spalt suchen müssen ich habe es mir irgendwie auch gedacht man ist ja natürlich immer so vielleicht findet man noch irgendwo so eine kleine ader die einem hilft ja und dann kam ja die erleuchtung indem ich mir dann dann kam die erleuchtung mit dem hey du musst einfach nur so ein dingens finden wir müssen hier in die mitriedader da war ja die schmiede boah wir haben es wir können einfach jetzt mitried bachen machen bachen machen und dann können wir einfach dann können wir einfach loslegen ne so dann schmieden wir uns mal hier schöne bachen ja ich mache hier ein feuer noch oh stoffreste meine fresse weil wir finden nur metallteile ne ey es gibt es doch nicht ich vermute schon dass es schneller geht wenn wir jetzt die stoffreste holen ne ich denke schon dass es irgendwie so schneller geht ne ja dann auf nach muria minen von muria muria wollen wir uns da mal ein paar stoff dinge zurück eigentlich könnten wir auch hier schlafen aber nein heute nicht mitriedader wir brauchen aber auch irgendwie diesen hammer jetzt mal gespannt was wir freischalten wenn wir mitried bachen haben denn wir brauchen ja diesen komischen hammer um diese brücke zu reparieren an dieser brücke kriegen wir dann den guten alten drachen vermute ich mal ne das ist ja irgendwie so das tor zum drachen dann ist was gut wir sind neu gestärkt perfekt aber es fällt ja nicht auf wir brauchen ja noch diamanten fuck schuppen haben wir eigentlich auch diesen diesen komischen hammer her den haben wir ja auch sogar schon ne diesen sternmetall hammer ne ach moment oder ist es ja ich muss mal gucken das hört ja nicht auf es hört nicht auf im moment was können wir eigentlich noch rüstungstechnisch uns hier bauen eigentlich sonst nichts mehr ne wir müssen jetzt hier diamanten neun stück ich glaube wir haben wir haben keine neun stück ne 1 1 1 fertig das nächste wieder ja wie viele hammer denn wie viele diamanten besitzen wir wie viele diamanten besitzen wir wie viele diamanten besitzen wir denn wir brauchen noch fünf stück Okay, wir haben vier Diamanten Sonst wirklich nirgendwo mehr Boah, ich weiß auch nicht mehr Wo diese Festung Weil da war ja noch eine Festung Jetzt haben wir aber auch schon alles Ich will jetzt auch hier mal noch So was kurz setzen Wo das passt Und dann noch hier so eine Lamp Noch mal zwei Stück, oder? Ja Perfekt Ja super Jetzt haben wir hier so ein Zuchtfeld Ja, aber das bringt uns noch keine Diamanten Ah Fuck Okay, wir haben Wir brauchen noch Wir haben eigentlich sonst alles Wir brauchen nur noch Vier fucking Diamanten Äh, fünf Sonst haben wir alles, ne? Wird ich auch noch sagen, wir bauen noch so eine Truhe hier Können wir den Kram auch noch reinballern? Äh, nein, hier So So Ach, das gibt's doch nicht, ey Ich hab mich so gefreut Waffen können wir auch nicht herstellen Ja, dann, dann geh ich nochmal kurz Ist halt wirklich Wo, wo, wo war, wo ist denn Wo war denn diese Wo war denn nochmal diese, diese, diese komische Da, glaube ich, kriegen wir die Diamanten her, ne? Also ich denke schon, das war dann hier irgendwo Ach, es war ja hier, ne? Ach, du heilige We got Orks Oh, hallo Ja, wir haben immer nur die Ja, ich glaub nicht Nee, ich glaub, ich fang hier jetzt auch nicht so einen Schluss an, ne? Ich fang jetzt auch in der Folge nicht mehr so einen Stuss an, wo ich mich dann verlaufe Das macht auch wenig Sinn Okay, wir haben schon mal Mitrit, wir haben schon mal was wieder gefunden Dann würde ich aber sagen Na? 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 Sehen wir uns hier in der nächsten Folge, bis dann macht's gut Gut Ja, du heilige? Na?